Heute muss ich eh wieder aufstehen. Wow. Hat uns offensichtlich nichts gebracht. So, die wollen wir mal hier rausschaffen aus den ganzen Verseuchungs-Dingens-Kirchen. Scheiße, ist hier auch alles verseucht. Alles was? Ich tue mir mal hier hin und bis zur Heilung verschanzen. Dich tun wir auch mal hier hin, bis zur Heilung verschanzen. Und euch tue ich auch mal hier hin. Dich verschanzen. Dich kann ich ja einmal upgraden. Machen wir mal hier Verteidigung. Heilung verschanzen. Und dann schauen wir mal. Weil in einer Runde wird der niemals niederrostig zurückholen. So, und nochmal Kohlenumdrehen. mit dem kaltigen Verschanzen. Das ist das, die Runde wird der niemals niederrostig. So, I suppose I'm going to give her words. So, I suppose I'm going to give her words. So, jetzt habe ich die Eisbasooka und die Korn geholt. Ah, scheiße. Oh, oh. Didi, ein Panzer. Oh, oh. 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 WTF, wo kommen die ganzen Einheiten hierher? Ich habe gerade mal geguckt, ob hier noch welche sind. So, jetzt kommt eine moderne Panzerabwehreinheit. Kollege, da kann ein Patzer nichts mehr berichten. Hier. Ja. Boom. So. Also die Thermo-Dinger brauche ich nicht mehr. Du brauchst Wohnraum, da würde ich ein Wohnviertel bauen, aber Kanalisation geht ein bisschen schneller und verbraucht kein weiteres Feld. So, gut, Frieden. So, gut, Frieden. So, ich brauche mal hier oben, wir werden demnächst gegen Indien den Krieg erklären. Dankeschön. So. Wohnviertel reparieren, ja, das wäre wohl wichtig. Hier brauchen wir einen Hangar, weil da kommen 90% der, ich denke, 90% der Flugzeuge kommen dahin. Der Herrschaftssieg steht kurz bevor, Leute. So. 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 Du bist Infanterie. Geh mal hier hoch. Geh mal hier hoch. Ich muss kurz auf die Toilette. Ich komme gleich wieder. Wir haben ja gegen Deutschland den Krieg gewonnen, gegen USA schon lange und wir haben gegen Indien den Krieg angefangen, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Also wir haben den Krieg gegen Indien angefangen und im nächsten Teil geht es dann weiter. Entschuldigt bitte diesen halbstündlichen Cut, aber ich möchte euch nicht mit stummen Gameplay langweilen. Also wir sehen uns beim nächsten Teil. Bis dann, euer Gaming Kellner.